Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battlefest wieder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toyguide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Spielzeug, das wir aus dem Aradio-Hochland aus der Warfront bekommen. Und zwar hatte ich mit dem Twink hier mal wieder Glück gehabt, ich habe nämlich den Gong der Bleichborken bekommen. Und bevor ich euch zeige, wo wir den genau erhalten, setzen wir den einmal ein und schauen mal was das Ding kann. Und zwar hier einmal Gong der Bleichborken und dann machen wir hier mal Rati. Und ihr seht, mittlerweile fehlen mir jetzt nur noch vier Toys. Die anderen beiden hatte ich auch schon gekriegt, da mache ich halt auch noch Videos. Und ja, hier beim World Boss, da hapert es immer noch ein bisschen. Aber ich denke mal, mit genug Chars wird irgendwann mal der Drop kommen. So, wir setzen es ein und zwar platzieren wir hier mit einem Gong. Und ihr habt schon gehört, der gongt quasi auch. Doch, das ganze Ding hat fünf Minuten Abklingzeit und ja, gongt quasi einmal. Man kann anscheinend auch draufdrücken und es gongt nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es hört, weil ich habe das Audio-Ding immer relativ leise. Ist auf jeden Fall ein ganz nutzliches Toil. Kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Moment mal aufstellen, vielleicht auch im Raid und ein bisschen Funze machen. Und ja, wo kriegt man das gute Stück? Ich zeige euch das jetzt mal. Ich muss da bloß reinsteifen, weil der Char relativ schlecht equipped ist. Wir sind hier auf den Koordinaten. 64, 77, ne 76, nicht 77. Und zwar hier oben an der Höhle dran. Und zwar hier im Arati Hochland in der Warfront. Also ihr müsst zu 120 sein, sonst ist das hier quasi nicht gefaced in dieses neue Arati Warfront-Feld. Und hier in der Höhle haben wir einen Rare Mob. Ich muss da jetzt bloß reinsteifen, weil, naja, der 120er Char ist relativ schlecht equipped. Ich habe den durch Inseln hochgespielt. Und zwar dieser Mob droppt es, Zalas Bleichborke droppt es quasi. Und ja, der resetet jedes Mal erst wieder, wenn ihr die Warfront einmal zurückgewonnen habt. Also sprich, ja, wenn es ganz blöd läuft, einmal im Monat, vielleicht so 20 Tage bis im Monat dauert es meistens. Je nachdem, wie schnell man die Ressourcen wieder zusammen hat, um quasi die Warfront wieder zurückzugewinnen. Also sprich, man kann ihn nicht so oft umhauen mit verschiedenen Chars natürlich. Und sonst muss man halt gucken, dass man, ja, jede Warfront, wenn es switcht, hier mal wieder vorbeiguckt. Die Drop-Chance scheint nicht so schlecht zu sein. Ich glaube, ich habe ihn jetzt fünf oder sechs Mal umgehauen und hatte es dann. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Telaar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.